so willkommen zu einer neuen folge auf dem kanal ramses der dicke eine neue folge ramses minus es ist 7 10 am morgen perfekt um ein bisschen gbl zu spielen ich spiele ja in letzter zeit wirklich nur wenn ich ramses minus aufnehmen und versuche halt mit dieser einen stunde pro woche mit drei sets pro woche an einem tag irgendwie rang 21 zu erreichen ja während andere da schon jeden tag drei stunden gbl spielen machte ramses das anders weil mehr als 21 war eh noch nicht drin wir befinden uns glaube ich immer noch in der hyperliga jetzt muss ich mal auf kämpfe gehen kämpfen 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 da gibt es einen sonnenschein cup edition superliga wurde gestern auch gefragt ob ich das mal machen kann aber ich möchte ja auf 21 kommen und ich glaube wenn ich jetzt in den cup gebe ich keine ahnung habe was da gespielt wird und was ich dann nehme und dann habe ich drei sets wo ich alles komplett verloren habe und bin kein stück weiter also lieber einmal hyper liga um weiter zu kommen wir sind momentan auf rang 18 glaube ich versuchen jetzt also ein stück weiter 19 20 21 ich glaube von 19 auf 20 müsste sogar so sein dass man oh mein gott müsste sogar so sein dass man einfach fünf kämpfe wieder machen braucht und dann direkt sowieso schon weiter kommt ihr seht schon hier das ist richtig schlimm da hat er einfach ein prima rene drin und das habe ich jetzt schon seit drei jahren nicht mehr gesehen aber das ist stark das macht mich komplett fertig egal ob ich der maromai nehmen oder was anderes es ist einfach im vorteil gegenüber gefühlt allen meinen pokémon selbst labras sie dagegen schlecht aus hätten sie mal lieber eisstrahl genommen sagt ihr aber bis ich eisstrahl nehme ist schon wieder der nächste tag deswegen bleiben einfach bei surfer müssen auch schon ein schild nehmen er nicht er ist halt schlau best er macht jetzt fünfmal psychokinese hintereinander dann bin ich nämlich weg und konnte gar nichts machen schildet er jetzt also an seiner stelle würde ich jetzt schilden weil er ist halt mit diesem pokémon enorm im vorteil er weiß aber nicht was ich sonst noch so habe er hat geschildert ich kann ja auch noch mal schilden aber ich bin ja jetzt erstmal tot was nehme ich jetzt hat er hat er überhaupt eine komm wir nehmen giratina noch mal wechseln wieder rein ihr seht schon zack 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 der macht mega schaden aber er ist weg eine gefahr war rüber jetzt slimo gut wechseln unlicht wir kampf er wechselt auch auf drache giratina geist ist auch dabei man 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 das heißt giratina gegen giratina wäre ganz nett und dann eben wachomai gegen slimo aber ihr seht schon dass das halt naja wir es jetzt so rum haben er hat mich ausgedribbelt deswegen nie zuerst wechseln war hier aber nötig und jetzt werde ich es wohl verlieren weil ich das nicht mehr habe wenn der slimo wieder kommt ich könnte theoretisch direkt jetzt aufgeben guck dir das doch an früh am morgen es hat auch ganz rote augen die nacht war so hart und er greift nochmal an und dann hat er noch sein slimo was auch noch effektiv ist gegen mein giratina und sein giratina ist aber auch effektiv gegen mein giratina also am besten ich hätte drei giratina genommen na gut dann wäre auch dann hätte ich ja noch weniger chance tja labras ist halt schon weg steinhagel war richtig gut aber jetzt er ist so schlau er hat halt jetzt einfach wieder sein slimo reingeholt und was hat er damit was kann er damit hat glaube ich immer noch ein schild auch säurespeyer was ist das säurespeyer sie haben ja immer eine matschbombe gemacht oder so zeug sehr effektiv er ist einfach unsichtbar er ist er cheatet schon wieder er ist unsichtbar damit ich nicht weiß wer er ist aber er weiß nicht dass sein name dort steht das heißt er kann so unsichtbar sein wie er will ich sehe ja trotzdem wer er ist und wenn er nochmal säurespeyer macht da würde ich mich sehr freuen aber er haut bestimmt jetzt was anderes raus mach doch mal eine unlichte attacke ziehst doch nicht so in die länge finster aura da sehr effektiv und fort eieieieiei das ist ein start in dieses match wir gehen direkt zum nächsten wir tun einfach so als hätte er grad gar nicht stattgefunden willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal rams ist der dicke ein bisschen gbl in der hyperliga weil sonnenschein cup da traue ich mich jetzt nicht rein da müsste ich mich ja komplett da verliere ich ja alles nicht wie hyperliga wo ich auch verliere also da merkt man deutlich den unterschied weil reißer da würde ich doch sofort wieder auf maromai wechseln aber weil ich ja wechsle wechselt er bestimmt auch und dann wechseln alle und nachdem jeder gewechselt hat ist das spiel schon wieder vorbei und hat er schon wieder was hat er denn jetzt reingeholt ich glaube schon wieder giratina oder das ist doch dasselbe wie eben ja giratina giratina so ein schmarrn jetzt bin ich ja schlau und versuche gleich auf steinhagel zu gehen der macht einfach 100 moves voll weil er sich denkt naja der macht eh keinen schaden weil reißer stört mich halt wieder ein bisschen hätte ich sehr schön mit dem maromai machen wollen aber vielleicht hätte ich mich einfach umbringen lassen sollen schilde ich jetzt ich glaube wenn ich jetzt schilde es wird eh nix ich kann es auch durchgehen lassen dann bin ich halt tot und komplett beim giratina und dann kommt er bestimmt eh gleich wieder mit seinem ne komm dann warte mal lass jetzt mal durch farm jetzt mal dass du 100.000 moves hast die wir alle nichts bringen weil er noch zwei schilde hat und du auch ja da haben wir nämlich den salat jetzt kommt er mit eisspär um die ecke oder ist eisspär ich glaube ich habe schon auf die drachenattacke gedrückt ne schattenstoß wenigstens etwas wo ich nicht weiß ob mir das was bringt egal wir ziehen jetzt durch nochmal schattenstoß komm tu einfach so als hätte der gegner gar keine moves hau jetzt drauf hallo ich brauche dich ich muss jetzt abschillen das ist wichtig mit dem lapras gegen das giratina haben wir ja wenigstens noch irgendwie eine art chance ansonsten weiß ich nicht er hat immer noch sein drittes pokemon was ich noch nicht gesehen habe werde ich das wahrscheinlich auch schon wieder verlieren ein fetzen ist noch übrig alle fetzen sind schon da hat auch noch beide schilde er hat noch ein move ok hau den erstmal raus lapras ist am start lapras wenn du jetzt so gut bist und den vorteil hast dass du mit den quick moves irgendjemanden weghauen kannst dann bitteschön glaube ich aber nicht das letzte pokemon ist das entscheidende schilde rausloggen und move drauf klappt eh nicht nidoqueen ist da nidoqueen 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 ich meine server ja ist voll wird ein schild sein noch wird noch ein schild sein wird noch ein schild sein die quick moves müssen jetzt was reißen aber der macht schaden schaden wie ich sehe wieso macht der schaden kann der mal aufhören schaden zu machen jetzt ist er auch noch dran macht bestimmt was giftiges ja erdkräfte genau ach das ist das giftigste was ich je gesehen habe erdkräfte ein server ein schild und bis der nächste server voll ist kommt bestimmt noch mal erdkräfte außer er nimmt jetzt was giftiges weil was giftiges er voll ist und er weiß er braucht ja nicht mehr viel deswegen hat er erst den großen raus geholt dann den kleinen server ist voll das wäre die gelegenheit schaffe ich es noch ein server und er ist tot ich habe es noch mal rum gedreht kurz das ist wie ein schnitzel in der pfanne aber egal wir gehen einfach weiter ich habe ja ein bisschen zeit mir fällt auf dass wenn du so eine stunde ramses minus machst dass das keiner guckt weil das zu lange ist die hart eingesottenen die gucken das weil sie sagen das ist gut da kann ich selber nebenbei spielen du musst nicht gucken was du da machst vielleicht sollte man aber nicht auf die hart eingesottenen gehen vielleicht sollte man auf so die für zwischendurch gehen ja dass man also die hart eingesottenen die würden es ja auch gucken wenn es nur 20 minuten geht ja fe schon wieder fe die nara fe aber die kleinen spieler ohne geduld die tik tocker die die brauchen was kürzeres am besten eine minute video einfach nur einen charge move machen und dann video aus das müsste dann schon reichen frage mich eh wie das der selal macht der selal hat auch 10.000 premieren geschalten als irgendwas was er macht in der gbl selal macht premieren für 2024 der ist schon so ausgebucht ich glaube da müsst ihr noch tickets ordern dass ihr die selal premiere auch nicht verpasst ja selal schon ein sehr spezieller zeitgenosse immer wieder auffällig bringe ich dich um bringe ich dich nicht um weil dir dauert es doch immer 30 jahre bis du dein move voll hast das habe ich schon gemerkt das heißt ich stehe gar nicht so schlecht da das erste war ein glaube ich Geratina ne Sumpex verdammt Sumpex hat er doch gehabt Sumpex guck dir das an ein Sumpex er schildet wir schilden einfach beide wir brauchen dann einfach keine Schilde mehr aber so einen schönen Surfer drauf würde gehen alles andere was ich noch habe macht eine gute Figur gegen Sumpex das weiß ich schon von daher fühle ich mich erstmal ein bisschen sicher ja ok kannst ja jetzt schon mal Erdbeben voll machen so als Tipp musst mich ja jetzt hier nicht mit den kleinen Aquahubitzen rausholen der hat auch Surfer einfach komm nimm jetzt mal Maromai Maromai würde einen Move überleben Maromai macht an sich Schaden Maromai lockt ein Schild raus Maromai ist grün das sind die drei Eigenschaften die Maromai besitzt jetzt hätte ich nochmal wechseln sollen wenn was aufs Giratina geht ist das nicht so schlimm wenn hier was drauf geht ist das schlimm guck und jetzt kommt es natürlich drauf an was ist der Rest und er hat auch ein Giratina oh mein Gott das heißt Giratina gegen Giratina der eine hat schneller sein Move voll der andere hat mehr Schaden das könnte also jetzt alles entscheiden guck dir das an ich bin ja eigentlich gerade im Vorteil ein bisschen ob ich den aber auch halten kann warum hat er noch nicht angegriffen macht er gleich zwei mit einmal und schlotzt mich so raus er hat nicht mehr viel er macht einen Move den müsste ich überleben aber hat er direkt einen zweiten hinterher das wäre sehr schade weil er hat ja eigentlich gar keine Energie mehr er macht einen Schattenstoß und er ist weg ich habe es wieder mal geschafft aus dem Schatten heraus du hast gewonnen das heißt der zweite Sieg in diesem in diesem Set einen brauche ich noch für die Pokémon Belohnung die ist mir immer sehr wichtig die Pokémon Belohnung wenigstens mitzunehmen immer noch Rang 18 sitze hier im Schlüpfer im weißen T-Shirt für den edlen Look ich glaube mein Holy Paket kam an ist aber hier ist im Briefkasten haben sie hier Packstation weil war ja keiner da ich bin um 7 Uhr frühs bin ich da aber dann bin ich nicht mehr da man muss ja auch mal was machen und so ist wahrscheinlich wie Jaro äh 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 Flug Feuer Steine werfen ne Flug gegen Kampf ist nix Feuer Wasser Feuer Eis ich glaube ich bleibe einfach drin wegen wer zuerst wechselt hat verloren also warten wir mal ab macht er jetzt eine Feuerattacke macht er eine Flugattacke macht er gar nichts Sturzflug das sieht gut aus und er wechselt und er hat jetzt Rex Blizzard drin dann hätte ich doch eigentlich jetzt wechseln müssen auf Machomai warum habe ich es nicht gemacht Eis ist alles verlorene Zeit gehen wir mal rüber jetzt auf Machomai so Machomai mach mal den Rest mach mal bam 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 damit er weg ist und dann macht ihr gleich was voll den möchte ich jetzt behalten ich schilde jetzt da bin ich jetzt ganz vorsichtig Meteorologe Meteorologe also das sehe ich immer wieder letzte Zeit er macht auch schon wieder wir lassen jetzt mal durch wir haben ja noch volle Energie die Attacke verstehe ich sowieso nicht die gibt es ja auch in 5 Millionen Typen wahrscheinlich wenn ihr jetzt den blöden Vogel rein holt mach ich gleich Steinhage und es ist bestimmt Sumpex ja dann hat er halt Sumpex rein geholt egal machen wir das beim Sumpex einfach den Steinhagel haben immer noch eins von unseren Schilden können das sogar jetzt noch nutzen können wir nochmal draufhauen und Labras gegen Fiyaro wäre immer noch am Start Eis gegen Flug und Wasser gegen Feuer jetzt habe ich nicht gleich Labras genommen ja da verbrennt dann einfach mein Labras ja egal wir haben ja so wir haben so und hätten jetzt nochmal wechseln sollen damit wir das nicht verlieren das Maromai stur wie ich bin habe ich einfach weiter drauf gedrückt musste ihn jetzt opfern muss jetzt mit Giratina reinkommen hat immer noch zwei Schilde muss hoffen dass er jetzt irgendwie einen Move macht ein Schild raus lockt dass Labras den Rest macht das verstehe ich nicht ich glaube der Spiel das erste Mal und weiß gar nicht dass man da Schilde nutzen kann ne der macht das bestimmt mit Absicht der hat jetzt bestimmt 5 Moves voll gemacht er stirbt einfach war es jetzt Profi war das Taktik oder war es doch Tiktok ich weiß es nicht der macht wenn der jetzt nochmal kommt da würde der ganz anders an die Sache rangehen wir haben eine Sendung für sie ja Mittel für Abholung in der Filiale ihren Ausweis mitbringen oder eine Vollmacht auch für Familienangehörige das liegt aber in der Packstation da brauche ich eh nichts das ist Flug und Boden schwache Verbindung heißt für mich ich wechsle nicht ich bleib drin weil wenn ich wechsle wechsle der auch also mach mal erstmal müsste ich jetzt eh nicht was am besten mit Labras wieder rein Wasser Quatsch bleiben wir drin machen so nehmen wir auf jeden Fall keinen Macho Mai wer weiß was der für Moves hat der sieht eigentlich aus als hätte er Unlicht Moves ob der jetzt mit Bodenattacken angreift guck mal Unlicht war doch gar nicht so verkehrt gedacht aber ist nicht so brutal Hiratina macht trotzdem gute Figur hat ja auch stramme Beine deswegen nochmal nochmal können die jetzt auch vielleicht einmal schilden wenn er schildet schilde ich halt auch das heißt immer warten wer zuerst wechselt hat verloren wer zuerst schildet hat auch verloren das sind die goldenen Regeln also bleiben wir einfach drin und er schildet der macht schon wieder seinen Move meine ich lasse ich Skiratina jetzt drin im Endeffekt hat er mich gedribbelt hier auf 8 Zuikun Zuikun kann doch auch eigentlich nur so Wasser Zeug was mache ich mit Zuikun das sieht auf jeden Fall nicht gut aus einfach nur Wasser es ist sehr effektiv gegen mich was hat der für einen Move was macht der Eis Wasser ich komme jetzt einfach mal mit Labras rein weil ich mir nicht zu helfen weiß wir beide nicht effektiv sind und vor uns hin dümbeln habe ich noch nicht gesehen jetzt überrascht er mich mit Donnerschock Blitz Blubstrahl das ist gar nichts es senkt aber glaube ich meinen Angriffsstand da das heißt wir machen schon gar keinen Schaden jetzt machen wir noch weniger Schaden als gar keinen was gar nicht geht ob der was anderes hat als Blubstrahl weiß ich nicht ich bleibe jetzt einfach so drin lass mal einfach durch muss reichen Blubstrahl ja dann macht das da kann ich immer jetzt Gewaltroh Eisstrahl Zack ein Eisstand plusieurs weil meinen Angriff eh kacke ist gehe ich jetzt rüber auf Macho Mai und mach noch mit Macho Mai hier mal ein bisschen was wird da ja auch noch ein Schild Hm Flora-Statue. Lass mal durch. Hat er best... Nee, hat er Eroass? Die Sau. Aber ist okay. Ich hab's ja überlebt. Könnte den zweiten abwehren. Will ich vielleicht doch irgendwie zur Podde kommen. Er macht schon wieder seinen Move. Jetzt muss ich aber abwehren. Bitte, die letzten zwei, drei Prügler. Hau es weg. Hat er mich wieder überrascht. Hab ich gedacht. Musst du raus. Kannst du nicht machen. Und dann macht er es einfach ganz anders. Skorkro ist auch noch da. Den hab ich auch vergessen. Aber egal. Wir haben schon wieder Move voll. Wir bewegen uns sehr movevoll durch die Gegend. Weg. Suikun. Du kriegst auch. Und jetzt kann doch nichts mehr passieren, oder? Labras hat wieder vollen Angriff. Und du bist Suikun. Das sagt doch schon alles eigentlich. Keine Schutzschilde mehr. Jetzt hat er seinen super Move geladen. Gut, Eisstrahl. Aber nee. Da können wir jetzt nochmal Surfer hinterher machen. Und das war's. Surfer, Surfer, Surfer. Das müssten ja... Der Erste gewonnen. Äh, der Erste verloren. Und die anderen vier alle gewonnen. Wer nach dem ersten Match abgeschalten hat. Und denkt, ach, das ist ja gar nichts. Der hat ja verpasst, wie ich hier ordentlich aufräume. Aber vier Stück ist sehr schön. Das bringt mich auf jeden Fall ein Stück weit. Quapsel. Quapsel der Boss. Abholung am nächsten Werktag. Ja, das muss man heute auch noch machen. So, das ist 12, 10, 12, 11. Das ist auf 11 vor allem. 12, 11, 12. Kann also weg. Braucht kein Mensch. Oh, hab vergessen weiterzudrücken. Muss doch noch abholen. Steig doch mal auf jetzt. 18. Ach, das ist so wenig. Ich glaube nicht, dass ich es heute noch auf 19 schaffe. In der Folge. Das zieht sich, glaube ich. Wenn es so ein Stück nur war. Selbst wenn ich 3x5 gewinnen würde, wäre ich wahrscheinlich gerade mal bei der Hälfte. Das passt nicht. Ich brauche mehr. Mehr. Vielleicht schaffe ich es aber, die Hälfte vom Strahl aufzufüllen irgendwie. Fast. Enbo. Girardina Cobaldium. Hat doch auch Stahl. Jetzt kommt er mit Romborg. Da hätte ich jetzt Geist. Was wir machen können. Er wechselt raus. Er hat Geist. Ich habe Geist. Geh mal auf Geist. Hat er Spukball? Macht er... Macht er Pflanze. Samenbomben. Ja. Gut. Spukball hat er, glaube ich, aber auch. Machen wir Schattenstoß jetzt. Ich bin schon im gelben Bereich. Ich habe erst überlegt am Anfang, ob ich auf Maromai wechsle und mit Kampf gegen Stahl vorgehe. Zum Glück nicht, weil er ist ja jetzt eh direkt rausgewechselt und aufs nächste gesplattert. Ich würde es nochmal durchlassen, weil er hat ja nicht mehr viel. Und ich möchte ja trotzdem wahrscheinlich dann das Maromai gegen seinen Willen, gegen seinen Cobaldium einsetzen. Jetzt hier nochmal Stahlos. Ich, Idiot, gehe schon wieder nicht auf Geist, sondern schon wieder auf Drache. Aber Stahlos heißt für mich im Endeffekt, dass ich trotzdem jetzt einfach mit Maromai reinkommen kann. Und gefühlt gutes Spiel habe. Ich brauche das Maromai. Ich muss jetzt alle Schilde hier ransetzen. Psycho Beiser. Na, war gut, dass es geschildet war. Aber guck mal. Der macht doch jetzt ordentlich Schaden. Man hat auch kein Schild mehr. Der müsste jetzt mit diesem Kreuzhieb weg sein. Und wenn dann Cobaldium reinkommt, habe ich vielleicht dasselbe nochmal. Seinen Move abwehren mit einem Schild. Selber meinen Move durchbringen. Er ist noch nicht weg. Selber meinen Move durchbringen. Nein. Wäre lieber nochmal ab. Selber meinen Move durchbringen. Und, und, und. Verteidigung sinkt. Ne, mach doch jetzt nicht sowas. Oh, ich wollte schon wechseln auf Labras. Ich habe schon richtig Schiss gehabt. Mach dich Start, Klakobalium. Genau. Wie viel verträgt der jetzt? Da bist du voll gut drauf. Weil du Kampf hast und zwei Stahl-Pokémon dann als Gegner. Denkst dir, das wird schon. Jetzt hätte ich auf Labras wechseln müssen. Genau jetzt. Nachdem ich meinen Move gemacht habe, hätte ich direkt wechseln müssen. Auf Labras. Nein, was habe ich gemacht? Wieder mal nichts. Jetzt stehe ich hier. Und er hat Kampf-Moves. Und ich muss das alles über mich ergehen lassen. Wir haben schon gesehen, er hat Steinkante. Sanktoklinge hat nur die Hälfte abgezogen. Das bleibt spannend. Ich hätte aufs Labras, das Labras hätte ich opfern müssen. So, es ist immer noch ein bisschen was da. Aber er ist weg. Gut. Gewinnen 90 Kämpfe. 90 von 100. Sehr schön. Ihr seht, ich bin immer noch auf der ersten Seite. Weil ich spiele ja nie GBL. Ich mache ja wirklich nur. Oder ich spiele viel und verliere alles. Und deswegen bin ich auch immer noch auf der ersten Seite. Ne. Was haben wir denn jetzt gemacht? Wir haben Superliga, Überliga, Meisterliga einmal gehabt. Und jetzt haben wir wieder Superliga und Überliga. Und wahrscheinlich nochmal Überliga. Weil die jetzt immer zwei Wochen gingen. Glaube ich. Dann kommt nach der Meisterliga, glaube ich, nochmal alles. Und dann ist doch auch irgendwie schon wieder Schluss. Ist also gar nicht mehr so viel. Aber bin ja auch kurz vor Ende. Also es dürfte schon klappen. Wallreiser. Sehr schön. Hat er gut gemacht. Habe ich mich gefreut. Glurak fand ich toll. Aber er wechselt natürlich auf Eis. Und deswegen wechseln wir hinterher. Und deswegen haben wir jetzt den Vorteil. Und deswegen würde ich jetzt auch alles abschilden. Denn auch mit dem Machomai kann ich schön Steine werfen auf das Glurak. Das ist also auch gegen das Glurak gut. Das Labras ist auch gut. Selbst das. Dieses blöde Wallreiser mit seinen 100.000 Moves jedes Mal. Wieso nehme ich nicht einfach Wallreiser? Weil ich bisher, glaube ich, noch nie einen Eistyp gespielt habe. Gegen die ganzen Drachen ist das doch das Beste. Und jetzt einen Quick Move, einen Charge Move zu machen, wo der Quick Move vielleicht ausgereicht hätte für den Rest. Das ist ja auch wieder total unüberlegt. Das darfst du ja gar keinem erzählen. So, Glurak ist am Start. Und ich hätte nochmal wechseln sollen. Aber kann ich ja gar nicht. Weil ich ja vorhin gewechselt habe. Also hätte ich ihn nicht. Aber ansonsten hätte ich einfach so zwei, drei Mal drauf. Zack. Jetzt könnte ich wechseln. Aber ich bin ja fit. Und trau mich noch den Steinhagel rauszuhauen. Und er hat bestimmt immer noch ein Schild. Und deswegen hat mir das gar nichts gebracht. Ja, er hat noch ein Schild. Und jetzt kommt Labras. Und er wechselt. Und er hat Rexblizzard. Ja, was machst du jetzt da drauf? Er hat Eis. Und er hat Pflanze. Wenn er mit Pflanzenmoves angreift, nix gut. Wenn ich aber jetzt Giratina reinhole, ist es auch nicht gut, wenn er mit Eis angreift. Die Frage ist halt, mit was greift er an? Gegen seine Pflanze mache ich ja schon mal was. Ich hätte einfach auf Eisstrahlen selber gehen sollen. Anstatt den Server fünfmal voll zu machen. Vielleicht überlebe ich den, ja? Und schaff's noch auf den Eisstrahlen? Nein, denn der Server ist schon eingehakt. Beste. Aber er hat ein bisschen gebraucht, um da hinzukommen. So. Mach's also anders. Mach eins, zwei, drei. Tod. Genau so habe ich das gemeint, bestimmt. Mach's einfach so. Als ob der jetzt schon wieder, doch, er hat nochmal Energieball voll. Und er greift doch mit. Ich brauche die Moves jetzt gegen Glurak. Ich lasse jetzt durch. Ich gehe von aus, der hat ja nur Energieball. Genau, als ob der was anderes hätte. Meteorologe. Beste. Und da kommt Glurak zurück und ich, Idiot, hab den Drachenmove voll. Und drück halt einfach nicht drauf. Und lass den Glurak zuerst angreifen. So, dass der Glurak jetzt schön mich fertig macht. Der hat bestimmt seinen Rexbläser gar nicht tot. Der hat ihn auch ausgewechselt. Und hat ihn jetzt immer noch in der Hinterhand. Oder ja, er hat ihn immer noch. Drachenklau ist auch eher fertig als ich. Es kann doch nicht sein. Ihr seht heute ruhige Folge, weil Pupsi ist wieder da. Pupsi schläft gerade noch. Da kann man ja hier nicht so rumschreien. Da muss man ja mal besonnen sein. Und in Ruhe sein Zeug machen. 1-1, okay. 1-1. Klingt fair. Da fühlt sich keiner benachteiligt. Jeder hat mal gewonnen. Mal der eine, mal der andere. Was will man mehr? Scheu. 1-1, 0-3. Geratina Glurak. Das ist ja fast wie eben. Jetzt muss der nur wieder rauswechseln. Der hat doch eh den Vorteil, oder? Guck dir das an. Wie ich erstmal in Führung gehe, würde ich dazu sagen, weil ich mehr Schaden gemacht habe und weil ich zuerst meinen Move raushauen kann, wie er jetzt, er hat es durchgelassen. Das heißt, ich lasse es auch durch. Will ja kein Angsthase sein. Guck mal, meins hat doch eben mehr abgezogen. So. Und jetzt hoffe ich, dass ich nochmal, Jetzt habe ich Drachenklau natürlich schon eingeloggt. Obwohl ich es jetzt gar nicht mehr bräuchte. Denn jetzt bin ich der Schisser. Jetzt wäre ich nämlich ab. Jetzt will ich es mit dem Quick Move machen. Und? Ey, es ist noch gar nicht eingeloggt. Passt. Was haben wir jetzt? Geist oder Drache? Geist oder Drache? Es ist ein... Wähl halt mal was aus. Ich muss gucken, was da ist. Hängt noch nicht so rum. Tromborg. Also Geist. Das hat vorhin gut geklappt, als er es durchgelassen hat. Er hat es wieder durchgelassen. Ansonsten würde er mich jetzt kaputt machen. Komplett. Also ich schaffe es nochmal auf den Schattenstoß. Ja. Und kann vielleicht wenigstens ein Schild rausloggen. Aber hier ist es aber schön, dass sie mir jetzt Gesellschaft... Ich freue mich. Ich freue mich.